So, weiter geht's bei Let's Play Minecraft und ich hoffe, er hat heute leckt's nicht. Dann letztmal hat's irgendwie... ...komisch geleckt, aber naja. Wir wollten letztens die Terrasse gleich fertig bauen. Okay, fertig, was ist fertig? Ich werde noch lange nicht fertig. Was ist hier eigentlich drin? Nichts. Was haben wir hier noch alles drin? Sand. Und... ...ja, komm, gehen wir mal raus und schauen mal, was wir noch hier alles machen müssen. Also hier bin ich soweit fertig. Hier könnten wir dann schon mal einen Zaun hinmachen. Und hier bin ich irgendwie noch nicht so wirklich glücklich. Genau, hier... ...das alles austauschen. Da werden wir gleich eine neue Spitzhacke brauchen. Naja, ein bisschen wird sie noch eben. Was war das? Ich hoffe mal, dass sie, ähm... ...das hier noch überlebt. Müsste sie eigentlich... ...müsste sie locker... ...schaffen. Naja. Und so ist jetzt noch wieder die Musik ein. So, und dann kann man das hier... ...durch... ...sand ersetzen. So. Boah, es kann... ...bisschen... ...lauter rum, oder? So, ähm... ...ja, passt eigentlich... ...ja, genau... ...ja, genau... ...genau... ...leck weiter... ...meingriff, leck weiter... ...was willst du denn eigentlich... ...so... ...woah... ...das ist überhaupt ein Spiel über... ...neu-meingriff-Fluch... ...okay, da muss ich nicht abstürzt... ...oh, ich habe nichts gedacht... ...so, das passt jetzt eigentlich... ...so haben wir dann eine Bergbank... ...ja... ...so, dann näher jetzt einfach mal... ...so viel Holz... ...und das macht man... ...oh, wie viel werden wir da brauchen... ...woah, ich glaube, das waren schon zu viele... ...naja, wobei... ...so, wobei... ...doch, das waren zu viele... ...das ist halt die Frage... ...wollen wir das da auch noch machen... ...mhm... ...lel... ...okay, da müssen wir aber hier... ...wür ich das dann auch noch mit... ...ja, äh... ...mit Sand auskleiden... ...so, wir haben ja noch ein bisschen Sand... ...ä... ...ä... ...nach... 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 ...mit Sand auskleiden... ...nach... ...mit Sandstein... ...so... ...muhuhu... ...so... ...das hab ich mir jetzt gedacht, aber... ...naja... ...so... ...und dann da noch... ...und jetzt kommt hier jetzt einfach mal eine Fackel an... ...wobei wir jetzt jetzt so eine brauchen... ...komm, wir die schon bauen... ...da wollte ich nicht so machen... ...ääh... ...ja, komm, bauen wir mal welche... ...ja, jetzt brauchen wir... ...je welche... ...so, ...warte... ...weil... ...so, so, so... ...und... ...so, so, und... ...und so... ...zwanzig ist nicht wirklich viel... ...28 ist jetzt auch nicht wirklich viel... ...und so... dieser denn die sind jetzt auch schon wieder alle wir brauchen noch ein paar aber das ist dann können wir jetzt wenigstens schon mal ein paar Schackeln anbringen hier und den würde ich hier dürfen und es wird jetzt nicht so hat es gut aus ja passt wir brauchen jetzt noch ein paar Zäunchen ne dann nehmen wir lieber das da machen wir aber nur 60 jetzt mal ich glaube so viele Zäune brauchen wir da auch nicht mehr ich glaube das müsste reichen so 10 Stück hätten es auch getan naja so ist es halt passt so da weiß ich noch nicht ja dann steckt man sich in den Sockel hin so wird es ungefähr mal aussehen doch das kann man jetzt gelten lassen dabei und die Connected Textures die wollte ich jetzt eigentlich mal wieder ausmachen und das sind die Server Textures wenn ich das jetzt wieder finde Performance Quality Fancy Off ja keine Ahnung was finde ich irgendwie besser weil es mit den Connected Textures auch nicht das gesehen hat aber ja ich finde es einfach besser ich finde es besser so und das sind wieder welche Reif Produktion an Melonen geht doch schon ich glaube das reicht auch übermäßig viel brauchen wir doch gar nicht dann gehen wir auch schon mal unser Essen wieder einsortieren einen Apfel haben hier das müssen wir jetzt erstmal kochen was haben wir sonst noch so und dann geht es den Kühen Kinder aber wieder durch die Wolle gehen ein bisschen äh ich schlag dir immer das ist so schrecklich so komm komm gib mir eure Wolle gib mir deine Wolle komm geht doch so Wolle war glaube ich hier oder ja könnte ich ja auch mal die Schere hier reinlegen wahn jetzt wird infinitiv zu laut genau das Fleisch wollte ich noch was ist denn das Fachjob da gibt es ja Fachjob Media oder so so okay was haben wir denn noch Sand können wir aufräumen in die Sandkiste Erde in die Erdkiste wo ist die Erdkiste alles da drüben na toll so da kommt hier die Erde rein Holz Holz ist da kommen die Zäune rein so 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 hm Wir haben eine Kiste mit Grünzeug. Monster, Glas, Kohle, Stone, wir haben Cobblestone, aber Grünzeugkiste haben wir nicht, vielleicht ist da was. Okay, da ist Grünzeug drinnen. Okay, und Papier tun wir jetzt auch mal da rein. So. Vielleicht hier, hier ist die leere Kiste, dann die Kiste sind auch alle hier, da ist Leder drin. Waja. Gut sortiert, Patrick, richtig gut. So, hier müssten wir auch mal die Bücher weiterbauen, aber hier komme ich eigentlich auch nicht dazu, denn dann bräuchte, naja, äh, Leder. Genau. Ja, und dann verabschiede ich mich wieder und sage, bis zum nächsten Mal, euer Killer-Party.